Musik Mein Name ist Fabian, ich bin aus Hanau. Musik Ich bin 25 Jahre alt und tätowiere seit meinem 16. Lebensjahr. Musik Meine bevorzugte Stilrichtung im Tätowierten ist Black & Grey Realismus. Musik Aber ich versuche mich auch immer in anderen Stilrichtungen weiterzuentwickeln und habe da auf jeden Fall genauso Vorlieben wie in Black & Grey. Aber mein Hauptschwerpunkt liegt auf jeden Fall in Black & Grey. Musik 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 Musik